so willkommen zu einer neuen folge pokémon go auf meinem kanal rams ist der dicke es ist immer noch unglaublich schwer zu reden gerade der hals ist kaputt aber auf der offiziellen pokémon go seite sehe ich nichts zum polen event trotzdem in diversen newsgruppen steht was von dem polen event was sogar heute schon begonnen hat irgendwie erfährt man nichts darüber es ist nichts großartiges darüber gepostet oder die seite ist auch kaputt keine ahnung hier steht nichts aber go games die kollegen von go games haben einen artikel darüber gemacht deswegen möchte ich euch das jetzt mal zeigen mal vorlesen ich bin heute genau diesen einen tag zu hause ich kann also alles was ich heute sehe oder was heute passiert an den mann bringen neues pokémon go event in polen ab 24 august wird jetzt wieder nicht für viele so interessant sein aber alles zu pokémon go gehört möchte man trotzdem mal darüber geredet haben hier steht auf dem offiziellen pokémon go blog hat nientik ein neues event für spieler in polen angekündigt ich dachte das ist doch der offizielle blog aber ich sehe einfach nichts auch wenn ich hier nicht auf neuigkeiten gehe sondern auf events sehe ich auch einfach nur das abschluss event und bei den neuigkeiten sehe ich einfach das letzte vom 22 august also keine ahnung in twitter ist bestimmt was gepostet aber da gucke ich ja nie rein was genau die spieler in polen erwartet oder umgekehrt was spieler außerhalb polens verpassen haben sie zusammengefasst pokémon go grundsätzlich pokémon go ist grundsätzlich schon seit langem in polen verfügbar denn in der vergangenheit gab es auch schon eine wayfarer challenge für polen mit belohnungen in pokémon go weiß ich gar nicht ob ich das auf dem schirm hatte eine wayfarer challenge für polen kann sein habt ihr davon mitbekommen damals habt ihr damit gemacht kommt ja aus polen zufällig schreibt es mir in die kommentare nichtsdestotrotz hat nientik nun auf dem pokémon go blog dieses event angekündigt macht mit diesem kleinen trailer lust auf das spiel hier ist auch ein trailer beigefügt den wollen wir uns jetzt mal angucken was diese erwartet was uns da erwartet ja theoretisch könnte man jetzt einfach die musik weglassen weil mir gleich die ohren platzen habt ihr auf jeden fall einen supercoolen park alles sieht grün aus richtig schön anzusehen alles vielleicht weiß einer auch genau wo das ist hier ist aber tripp hier zu sehen was gefangen wird da ist ein prizelstand mitten dort alle stehen verrückt da auch guck mal die sitzt im rollstuhl da haben sie wieder alles rausgeholt da ist ein schwarzer dabei ein weißer oder alle drehen durch komischerweise wirkt das in den trailern immer so super wenn du in Wahrheit irgendwo stehst und zockst pokémon go wirst du angeguckt total schief und die leute wollen nicht schlagen wieder so ein pokémon go spieler oder wenn du da wie dort auf der brücke stehen bleibst und alle müssen um dich rumlaufen du lebst nicht mehr lange pokémon go in polen mit polen event das sieht so super aus die realität ist anders bitte glaubt mir event in polen das event in polen hat bereits begonnen und dauert fast einen ganzen monat an es hat heute früh um acht theoretisch begonnen irgendwie glaube ich hat das keiner mitgekriegt 24 august bis 20 bis 20 september 20 uhr ortszeit details gesponsorte geschenke im ballon zeitliche forschung alte freunde neue anfänger das ist was was vielleicht interessant wäre ich glaube in den ballons die geschenke da wird jetzt nicht so krasses zeug drin sein so eine kleine forschung nebenbei dies auch unten aufgelistet was da drin ist das seht ihr auch gleich kann man mitnehmen als polianer kann man das mitnehmen heißluftballon ein echter heißluftballon kann an folgenden tag in bestimmten städten polens gesehen werden 24 bis 25 august in blog clovec deutsch leslau 25 bis 26 august in grutziatzt also graudenz oder 26 bis 27 august in lignika also liegt nichts probisch dass er immer an dem tag da ist und dann dort der fliegt also zack ihr könnt gerade noch so den rest vom ballon sehen an dem einen tag da seid ihr schon an dem anderen tag in der anderen stadt und da kommt er schon auf euch zu so sieht er dann aus look up for a surprise das ist sehr schön da könnt ihr dann drauf drücken da kommt da irgendwas raus in städtien polnisches polnisch zizikin war der pokémon go heißluftballon bereits zu sehen noch bevor das event angekündigt wurde zeitlich begrenzter forschung die zeitlich begrenzter forschung alte freunde neue anfänge war bereits kürzlich in einem ähnlichen event in der türkei verfügbar wahrscheinlich auch komplett an mir vorbeigegangen das dortigen event fand zur einführung der türkischen sprache in pokémon go statt wir gehen also davon aus dass diese forschung identisch ist damals war es verdiene 12 herzen mit einem kumpel gab es ein bisazam verdiene 3000 ep gab es ein glumanda verwendet zehn power ups gab es schicke und abschließende forschung dann wenn du abgeholt hast gab es noch mal 20 bonbons für jedes der drei starter auf der zweiten seite hast du direkt belohnungen abgeholt 100 mega energie für bisa floor 100 energie für mega glurak 100 energie für mega tourtok und dann ein pikachu und 20 pikachu bonbons muss eigentlich nicht wirklich großartig was für machen kriegst aber jedes mal ein starter kriegst starter bonbons kriegst starter energie das auf jeden fall nett finde ich ganz cool fazit in unseren augen ist dieses event primär für spieler gedacht die neu mit pokémon go anfangen zurückgekehrt sind oder erst kürzlich mit dem spiel angefangen haben der anreiz der forschung ist verlangen langjährige spieler in unseren augen nicht gegeben wir gehen stark davon aus dass diese forschung und diese art von event auch noch in weiteren ländern zum einsatz kommen wird ob diese jedoch in deutschland österreich oder der schweiz zum einsatz kommen ist fraglich da dies mitunter die umsatz stärksten länder für pokémon go sind das heißt die deutschen sind so krass den musst du eigentlich gar nichts geben und bieten die drehen auch so am rad das ganze jahr über das ist das fazit was ich da mitnehmen so habt ihr irgendwas von dem türkischen event gewusst lese ich jetzt das erste mal hier wie findet ihr das polen event wollte dass das auch bei euch in der stadt mal ist so eine kleine forschung ich finde das bild was sie zu sehen ist das bild sieht auf jeden fall richtig cool aus die haben sich mühe gegeben bei diesem super super schönen video das sieht auch wunderbar aus wenn es was kostenlos einfach so gibt obendrauf sollte man sich sowieso nie beschweren ich frage mich aber immer noch wenn das alles immer so überall angekündigt ist und jeder immer alles weiß warum ich immer nichts weiß hä jetzt habe ich mir extra das als tab hier oben reingeballert dass immer sobald es neue news gibt ich alles sehe irgendwie sehe ich nichts weil es auf deutsch gestellt ist oder wie oder welche blog post seite gibt es denn noch oder reden die von twitter eigentlich schreiben sie immer dazu wenn sie von twitter reden ich komme dir total komisch vor du kommst einmal heim und siehst alle berichten über was du siehst nicht dass irgendwas gibt zum berichten du musst auf berichte anderer berichterstatter zurückgreifen was ich eigentlich ungern noch machen wollte ich wollte meine sachen immer offiziell hiervon beziehen vom pokémon go dot live pokémon go live dot com und zusätzlich fühle ich mich sowieso kacke weil ich einfach so komisch spreche momentan ich hoffe das wird mal wieder heute abend ist trotzdem red bean ja da freue ich mich drauf mein absolutes lieblingsformat ihr ladet für sackjahren ein wir sehen uns später in polen spaß beiseite bis dahin peace out vorhaut euer ramses könnt ihr mal reinschreiben ob ihr euch vielleicht diese forschung holt bis dahin peace out vorhaut